Hallo, hier ist Marc Irwin, Gründer und Präsident des Dienstes von From Faith to Faith to the Nations. Und ich bitte dich, ein Partner mit uns zu werden. Deine Partnerschaft auf monatlicher Basis hilft uns, in die Nationen zu gehen, überall in der Welt. Wir sehen Menschenmengen errettet, und geheilt, und Gott bewegt sich in mächtiger Art und Weise. Die Türen öffnen sich weiterhin, und jetzt starten wir Grundlagenbibelschulen, aber es braucht Finanzen, um durch all diese Türen zu gehen. Und das ist es, was dein monatliches Geben tut. Wenn du also Partner mit uns werden möchtest, dann geh auf den Link, der auf dem Bildschirm gezeigt wird. Und ich möchte dir ganz persönlich Danke sagen für deine Unterstützung. Dann schädig ich mich jetzt. Tschüss. Bye. Vater, wir danken dir für dieses Wort, das du gegeben hast. Und wir versiegeln dieses Wort. Und wir beten, Vater, für wen auch immer dieses Wort jetzt war. Entweder für jemanden hier vor Ort, oder für jemanden im Livestream. Vater, es könnte sich um jemanden handeln, der noch nicht mal von neuem geboren ist. Auch wenn du gesagt hast, dass der oder diejenige zurückkommen soll zur ersten Liebe. Vielleicht ist es jemand, der die Gemeinschaft abreißen hat lassen. Und was in dem Fall bedeutet, dass man dieses Feuer, das man einst hatte, und diese Gemeinschaft, die man pflegte, und diesen Wandel, den man mit dir hatte, dass man das wieder zurückholen sollte. Und nicht nur dein Wort zur bloßen Information für den Kopf, sondern wirkliche Offenbarung für Beziehung. Und so rufen wir die Leute zurück. Zurück in die Gemeinschaft mit dir. In dem Namen Jesus. Halleluja. Und danke, Herr, für den Sieg. In dem Namen Jesus. Amen. Ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen, und zwar das Buch der Offenbarung, Kapitel 1. Und ich möchte einfach weitergehen in dem Fluss, in dem ich in der letzten Woche war. Es ist ganz frisch. Und ich glaube, dass der Herr uns hier vor Ort, in unserer eigenen Heimatgemeinde, hier etwas zu sagen hat. Genauso wie er etwas auch zu sagen hat für andere, die online verbunden sind, aber vielleicht Teil anderer Heimatgemeinden sind. Und es ist so wichtig, dass wir den Wert verstehen, den die Ortsgemeinde hat. Dass wir den Wert davon verstehen, eine Ortsgemeinde zu haben. Den Wert verstehen, ein Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Die Gemeinde ist der wertvollste Teil oder der wertvollste Teilnehmer in der ganzen Stadt. Es gibt nichts mehr wichtigeres Wesen in unserer ganzen Stadt und in deiner Stadt als eine gute, bibel-lehrende, heilig-geistig-bewegende Gemeinde. Es ist wichtiger als die Supermärkte, wichtiger als die Krankenhäuser, denn eine Gemeinde wird die Leute davon abhalten, ins Krankenhaus gehen zu müssen. Wenn die Botschaft des Glaubens und der Heilung gepredigt wird, es ist wichtiger als jede Beratungsstelle, Gemeinde ist wichtiger als jedes Erholungs- und Fitnesscenter, Gemeinde ist wichtiger als jede Universität, Gemeinde ist wichtiger als jede Grundschule, Es ist wichtiger als die Stadthalle oder das Bürgermeisteramt. Das Wichtigste in jeder Stadt ist die Ortsgemeinde. Und wir sehen das anhand des Wortes Gottes und zwar das Buch der Offenbarung, Kapitel 1. Gottes Idee ist die, dass Menschen von neuem geboren werden und nachdem sie die neue Geburt empfangen haben, dass sie dann wachsen. Dass sie zu Jüngern gemacht werden und dass sie ihre aktive Rolle innerhalb des Leibes Christi finden. Leute lesen vielleicht diesen Vers aus Matthäus, Kapitel 9, Vers 35, wo es heißt, dass man den Herr der Ernte bitten soll, dass Jesus Arbeiter lossende in das Erntefeld und dann liest man die Verse, die vorausgehend sind und es heißt, dass Jesus die Menschenmassen betrachtete und sie ansah wie verlorene Schafe, die zerstreut waren ohne Hirten. Und wir wollen Ernte. Wie viele von euch wollen Ernte sehen? Es gibt viele Menschen hier in dieser Stadt, die Jesus kennenlernen müssen. Die es nötig haben, von neuem geboren zu werden. Und ihr seid dort draußen und sprecht Leute an und bietet ihnen die Gelegenheit an, Jesus kennenzulernen und aufzunehmen und auch heute haben wir das so gemacht. Und ihr seid dort draußen unterwegs und Gott bestätigt das, was ihr den Menschen verkündet mit nachfolgenden Zeichen und Wundern. Der Heilige Geist bewegt sich durch euch, durch die Gaben des Geistes, um die Aufmerksamkeit der Leute zu ergreifen. Das ist also das Werk der Evangelisation. Das ist das Allerwichtigste, was wir tun können, nämlich Menschen zu Jesus Christus zu bringen. Aber das Zweitwichtigste, was wir tun können, ist, dass diese neuen Gläubigen dann auch zu Jüngern gemacht werden. Und Leute zu Jüngern zu machen, das geschieht in der Ortsgemeinde. Wie es in der Apostelgeschichte heißt, dass der Herr täglich der Gemeinde hinzufügte, solche, die errettet werden, die Menschen sind von neuem geboren worden und dann kamen sie auch zusammen, um gemeinsam das Wort zu lernen. Es gibt Dinge, die können und werden nicht in deinem Leben zustande kommen, wenn du dich nicht in Gemeinschaft mit anderen Christen hineinbegibst. Weil es ein Leib insgesamt ist. Und so gibt es auch eine gemeinschaftliche Seibung, wenn der Leib zusammenkommt. Da kommt eine Ganzheit auf, wenn der Leib sich einfindet. Da ist mehr Kraft in Manifestation, wenn der Leib zusammenkommt. Da ist mehr Kraft, die sich zeigt, wenn der Leib zusammenkommt, um gemeinsam zu beten. Seht ihr, Jesus, er war komplett. 100% Apostel, Prophet, Evangelist, Pastor und Lehrer. Und doch hatte auch er einen Hilfsdienst. Er brauchte dennoch Hilfe, um das Werk zu tun, wozu Gott ihn berufen hatte während seines irdischen Dienstes. Und diese, die ihm halfen, sie wurden das Fundament der ersten Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde hat am Pfingsttag begonnen und zwar in der Stadt Jerusalem. Johannes war ein Teil davon. Johannes war einer der Apostel. Johannes war der Apostel, worüber die Bibel berichtet, dass er der war, den der Herr Jesus wirklich liebte. Es war nicht so, dass der Herr Jesus einen mehr begünstigte als andere. Aber man kann sehen, dass Johannes aus all den Jüngern der hungrigste war. Er war der hungrigste, er war der hungrigste unter allen, der Jesus beobachten wollte, ihm nahe sein wollte, um von ihm zu empfangen. Und Gott segnet diese Ebene an Hunger. Je hungriger du bist, nach diesem Wort und hungrig danach, Offenbarung daraus zu empfangen, desto mehr wirst du auch bekommen. Je hungriger du bist, zu beten und Zeit mit ihm zu treten, in Zusammenarbeit mit ihm, desto größer, du wirst die Flüge des Heiligen Geistes und deine Zusammenarbeit mit ihm. Je hungriger du danach bist, wirklich zu beten und in Gemeinschaft mit ihm zu treten, ihn zu suchen, desto mehr wird dieser Hunger auch belohnt, indem du empfängst. Und ich denke, dass das dann in dem Leben von Johannes später ein Schlüssel war, als sie versuchten, ihn im Öl sozusagen umzubringen. Und ich war über das heute und eigentlich, während er in den Öl denk über das. Und denkt mal daran, als ich das heute You read it in Acts? Yeah, no, I read the history about this today. Okay. Und denkt mal darüber nach, was ich euch sage, was ich heute gelesen habe bezüglich der Geschichte, der Apostelgeschichte, als es auch hieß, dass sie versuchten, Johannes, den Apostel im kochenden Öl zu töten. They were trying to fry him like a chicken. The emperor Domitian was trying to fry him like a chicken. Also wie es geschichtlich überliefert ist, dass sie unter Kaiser Domitian versuchten, ihn wie ein Hühnchen sozusagen zu frittieren. Und wisst ihr, was er tat? Er stand mittendrin in diesem kochenden Öl und predigte währenddessen. They couldn't kill him. Sie konnten ihn nicht töten. Und dann gab es eine andere Zeit in seinem Leben, wo sie versuchten, ihn durch Vergiftung zu töten und auch das ist nicht gelungen. Er hat seine Befreiung angenommen, so wie es auch im Hebräerbrief beschrieben ist. Und hier ist er dann also auf dieser gefährlichen Insel, die Insel Patmos. Sie war vollgepackt mit Kriminellen, weil sie überall die Kriminellen zusammensammelten, um sie dorthin zu senden und zu verbannen. Und dort war er auch unter göttlichem Schutz. Und während er dort war, hat er anstelle davon, in Selbstmitleidspartys zu versinken, bevorzugt, Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Jesus erscheint ihm dort. Und im Vers 9, also in dem Vers 8 kann man das Erscheinen des Herrn sehen, wo der Herr selbst sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Halleluja! Jesus Christ, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der Gewaltige, der Große, ich bin. Das Haupt der Gemeinde. und ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin, nun durch die Neugeburt sind wir ja alle Brüder und Schwestern im Herrn Jesus und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis, also er hat wirklich einiges durchleiten müssen, und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Denkt mal darüber nach. Er war nicht dort auf dieser Insel und hat Gedanken gehegt, wie bin ich jetzt wirklich im Willen Gottes oder bin ich rausgefallen aus seinem Willen? Nein, es war für ihn der Preis, den er zu zahlen hatte, den er zu zahlen hatte, dafür, dass durch ihn das Evangelium Jesu Christi verbreitet wird. Und das war eben im Fall von Johannes so. Also manchmal ist es eben nicht so einfach an den Orten, wo wir sind, das Evangelium zu verbreiten, aber es liegt an uns, einfach die Stellung zu halten und vorwärts zu gehen. Du bleibst an dem, wozu der Herr dich berufen hat, du gibst nicht auf, und du lässt nicht nach, sondern gehst weiter. Ich war im Geist, also er hatte geistige Gemeinschaft gepflegt mit dem Vater. Und ich bin mir sicher, dass er Gemeinschaft mit dem Herrn gepflegt hat, dass er im Geist gebetet hat, gebetet hat, dann heißt es weiter, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der erste und der letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch, und sende es, und bemerk dir, was es hier heißt, und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, also die sieben Gemeinden in der Provinz Kleinasien. Was waren diese? Das waren Ortsgemeinden in der Provinz Kleinasien. Die Bibel ist voll von Querverweisen auf Ortsgemeinden. Das waren sieben Ortsgemeinden und sechs von ihnen kamen aus der einen in Ephesus hervor. Versteht ihr, eine Bewegung Gottes startete in Ephesus, was man in Apostelschichte 19 lesen kann, und dort hat es begonnen und hat sich von dort aus weithin ausgebreitet. Die Bibel sagt, dass durch den Apostel Paul alle von Asia das Wort und die Bibel sagt, dass durch den Dienst von Paulus sozusagen die ganze Provinz Asien oder Kleinasien das Evangelium zu hören bekommen hat in about three years' und das Ganze in einem Zeitrahmen von nur drei Jahren. Und Paulus hatte sogar eine Bibelschule. und Paulus blieb dort, lehrte sie, wer sie waren in Christus, und es heißt später, dass Paulus die Pastoren der Gemeinden zusammenrief. Und als er das tat, hat er sie erinnert, dass in der Zeit er sie alles lehrte, was er nur wusste. Er sagte ihnen, dass er alles abgeladen hat bei ihnen, was er nur hatte, um in ihren Herzen diese Offenbarung wörtlich hineinzulegen, diese Offenbarung davon, wer sie tatsächlich in Christus geworden sind. Und aus dieser Bewegung hervor kamen all die anderen Gemeinden. Diese erwähnten Ortsgemeinden. Es heißt, unter the seven churches which are in Asia, unter Ephesus, unter Smyrna, unter Pergamos, unter Thyatira, unter Sardis, unter Philadelphia, and unter Laodicea. Es heißt, schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Aus Zeitgründen lasse ich lasse ich jetzt Martin alleine die Verse 12 bis 16 lesen. Da heißt es, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Sieben goldene Leuchter. Sieben goldene Leuchter. Sieben goldene Leuchter. Und was ist das? Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und wer ist das? Jesus. Wer war das? Jesus. Wer war das? Sagt es laut. Jesus. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Willst du also wissen, wie Jesus wirklich ausschaut, dann liest ihr diese Verse durch. So schaut er aus im Himmel. Halleluja. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Was? Sieben Sterne. Was? Sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und schaut euch jetzt noch Vers 17 an. Und als ich ihn sah, die Leute fragen, ist es schriftgemäß unter der Kraft Gottes zu Boden zu fallen. Manchmal passiert das. Die Menschen fallen zu Boden unter der Kraft Gottes. Und genau das ist es, was hier auch Apostel Johannes passierte. Er fiel unter der Kraft Gottes zu Boden. Manchmal passiert das. Ich bin früher viel in Gefängnissen im Dienst unterwegs gewesen. Und ich werde es vergessen, wie eine Frau dort unter der Kraft Gottes zu Boden ging. Und wir hatten immer Sicherheitsleute dort. Und die Sicherheitskräfte wussten nicht, was passierte. und sie gingen dann zu ihr hin und haben ihr so zu gewedelt. Und sie sahen, dass sie atmete. Aber sie sah so aus, als wenn sie tot sei. Und manchmal passiert das eben. Oder auf den Philippinen die Kraft Gottes überkam eine Sicherheitskraft. An in dem Fall eine Dame. Sie war noch nicht von Neuem geboren. Halleluja! Dank sei Gott für die Kraft Gottes. Johannes fiel ja unter der Kraft Gottes also zu Boden. Und die Bibel berichtet, als die Soldaten kamen, um Jesus zu verhaften und er dann sprach, fielen sie unter der Kraft Gottes zu Boden. Ungefähr 100 Leute kamen zu ihm und sie alle fielen zu Boden. Also Johannes fällt hier unter der Kraft Gottes zu Boden und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir fürchte dich nicht ich bin der Erste und der Letzte. Nun Jesus war es der Gemeindezeitalter startete und er wird derselbe sein der kommen wird um es auch zu beenden. Ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes Schreibe was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll und wir haben ja das Buch der Offenbarung das ist es was Jesus war was er ihm sagte was er aufschreiben soll und bemerkt ihr dann Vers 20 da heißt das Geheimnis das Geheimnis der sieben Sterne Leuchter die du in meiner rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter geht mal zurück zu Vers 13 da heißt dass Jesus selbst in der Mitte unter den sieben Leuchtern ist Do you know that Jesus is a church inspector wisst ihr dass Jesus sozusagen ein gemeinden inspektor ist er kommt zur gemeinde er überprüft die gemeinden er testet und überprüft ortsgemeinden you see not only do we go through tests as we're faithful over little he makes us great over much as individuals we're not only through tests but he also tests local churches he examines local churches he proves local churches sondern er untersucht prüft und testet auch gemeinden im gesamten so frage also mal deinen nachbarn how we doing wie steht's um uns how we doing wie geht's uns hier egal zu welcher gemeinde du gehörst stellt dir die frage wie steht's um euch how are things going how much value are we putting on it wie viel wert messen wir dem ganzen bei value wert how valuable is the local church we see this by what Jesus referred to as the seven golden candlesticks the term gold here in the Greek that is used there's different levels of gold quality what is actually verschiedene Ebenen von golden von qualität die gold haben kann 10 karat I think I think there's 10 karat 14 karat 16 karat 14 karat 16 karat 10 14 16 karat und so weiter different levels and the 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 Greek word for the gold that is used in this verse and the Greek word for the level or the quality that is the highest quality this is the kind of gold that kings would give other kings it was the most valuable of all the precious metals and it was the most valuable type or level of gold that you could give that you could have so what is Jesus doing Jesus is showing us how value a local church is Jesus zeigt uns here ganz klar how wertvoll in seinen Augen Ortsgemeinden are think about it you know if I would bring in one of these golden candlesticks like what they used in the old testament there were several pounds of gold in that there were mehrere pund oder eigentlich kilogramm gold verbaut and it was not the kind of gold that was poured molded and it was not the kind of gold that was poured this was the kind of gold that they had a hunk of this gold and they hammered it out this was not the kind of gold that was poured so andersrum it was not the kind gold that in form gegossen wurde sondern it was the kind gold that was in form gold in form gehämmert wurde you know I've got a ring I'm sure that they poured the gold to make this ring it's my wedding ring but the gold that was used in the temple but the gold that was used in the temple it was the purest representing righteousness and they hammered this gold which spoke of the price that Jesus would pay that we could become righteous you're the apple of God's eye oh look at your neighbor and say you're important you're important you're valuable to God amen and this candlestick represents the holy spirit he's in us we are the temple of the holy spirit and this leuchter steht auch for the heiligen geist the in us is because we the temple of the holy geist is there was oil there was fire there was there were certain items on it that represented fruits there were different thank God for the holy spirit thank God for the temple and so when Jesus spoke of these seven local churches and as Jesus von diesen sieben ortsgemeinden redete he speaks of each church as being this valuable candlestick there sprach er von jeder einzelne dieser gemeinden wie von diesem wertvollen leuchter you have seven mentioned five of the seven needed correction es werden sieben erwähnt und fünf von den sieben brauchten dringend korrektur und auch wenn sie wirklich korrekturbedürftig waren waren sie doch wertvoll halleluja sie waren trotz allem wertvoll kostbar und wichtig so when Jesus looks at the local church wenn Jesus also die gemeinde die ortsgemeinde betrachtet und er ist hier er ist hier und er sagt es ist wichtig er sagt zur gemeinde du bist der stadt wichtig und ich sag dir du bist wichtig für die stadt und jede ortsgemeinde die in der stadt gottes wort lehrt und predigt ist wichtig für die stadt jede gemeinde die menschen zu jesus christus führt ist wichtig in der stadt jene gemeinde die sich in der kraft des geistes gottes bewegt in der stadt ist wichtig in der stadt das ist wichtig für die stadt in den augen gottes halleluja der ort an dem ich diese woche war sie sagen die stadt wo wir waren ist die satanisten hochburg für die ganze nation litau während ich dort war hatten sie eine satanisten kundgebung versteht ihr nun größer ist der der in uns ist größer ist der der in uns ist und wenn der Feind reinkommt dann wird der geist des herrn wie eine flut eine standarte aufrichten und die welt da draußen redet nur noch vom teufel und von dem satanisten zeug und all diesen sachen wie viel mehr sollte also die gemeinde unterwegs sein und das evangelium verbreiten und wirklich das Licht auch strahlen lassen lassen und wo auch immer das Licht hingeht wird die Finsternis fliehen halleluja 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 die ortsgemeinde hat Kraft sie kann all das Zeug aus der Stadt drängen wir sahen das wie es in Malawi passiert mit all diesen Stammes oberhäuptern die voll verstrickt waren in Hetzereien die durch ihre zauberkräfte ganze ortschaften und dörfer wirklich kontrollierten mit Angst und Panik wo sie dämonische bünde schlossen und blutopfer brachten aber eine Botschaft ohne Scham bezüglich des Evangeliums die Kraft zur Rettung ist mit Glaubenden die auch wissen wer sie in Christus sind die keine Angst haben die Botschaft auch zu bringen und wir sahen dann was Gott damit tat und er ist heute noch dabei damit was zu tun und es hat die Zauberei und Hexerei gestoppt und viele von den bekehrten Stammes Oberhäuptern haben mir bereits gesagt dass sie gerne selbst jetzt Pastoren werden und sie sagten wir würden in unseren Dörfern jetzt auch Ortsgemeinden gründen Halleluja Amen aber was wertschätzen wir schätzen wir das wert was auch Jesus wertschätzt der Herr Jesus erscheint auf der Insel Patmos dem Apostel Johannes um ihm dort zu sagen wie kostbar und wertvoll die Gemeinde die Ortsgemeinde in den Augen des Herrn ist und wie wichtig die Pastoren dieser Gemeinden dort waren diejenigen die also das Wort bringen und das ist es wir in Vers 20 sehen da heißt das Geheimnis der sieben Sterne die du in meiner Rechten gesehen hast und die sieben golden Leuchter die sieben Sterne sind Engel das ist eine incorrect Translation hier heißt die sieben Sterne sind Engel auch in der deutschen Übersetzung heißt so nicht nur in der englischen das ist eigentlich eine nicht stimmige Übersetzung Engel in der deutschen Übersetzung haben wir das nur in der Fußnote wo die griechische Bedeutung korrekt übersetzt wird nämlich dass es sich hier um Botschafter handelt die also dazu waren um eine Botschaft zu überbringen und Engel sind hier nicht dazu da um Gottes Wort zu lernen und zu predigen und Engel sind auch nicht dazu da um korrigiert zu werden denn hier ging es um die Pastoren der sieben Ortsgemeinden die Botschaft also raus brachten das Wort Gottes also das von diesen sieben Ortsgemeinden aus verbreitet wurde unter dem Herrn Jesus während der Corona Zeit da gab es viele Dinge die wir über uns selbst lernten denn es war in dieser Zeit wo verschiedene Dinge in Kategorien aufgesplittet wurden Kategorien davon was eben lebensnotwendig ist und was nicht hunderte konnten an manchen Orten in die Supermärkte strömen aber das konnten sie nicht genauso auch in den Gemeinden tun an an manchen Orten konnten sie in die Spielhallen gehen das konnten sie so aber nicht in den Gemeinden tun versteht ihr das was ist das allerwichtigste es gab örtlichkeiten die offen haben durften und manche die geschlossen werden mussten man konnte zur Bank gehen man konnte zum Postamt gehen erinnert ihr euch dass wir auch hier den Laden offen halten konnten weil wir DHL Filiale sind aber was wir nicht gemacht haben ist dass wir unsere Tür hier geschlossen haben aus Angst wir haben weiter gemacht hier tatsächlich war es so dass wir jeden einzelnen Tag weitermachten erinnert euch dass wir sagten wo andere Plätze schlossen dass wir hier nur noch mehr weiter vorwärts gehen weil wir sagten Vater du sagst dass wir die Versammlung der Gläubigen nicht versäumen sollen und wir wertschätzen das was du hier hast als Gemeinde der Gläubigen in und für die Stadt hier und wenn sie versucht hätten hier uns wirklich dicht zu machen dann wären wir eben in den Untergrund gegangen 65% die während der Corona Zeit die Tore schlossen werden sie auch nie wieder öffnen was auch exakt dem Plan entspricht was der Teufel vorhatte aber was ist wichtig was ist lebenswichtig was ist absolut notwendig es gibt im Lebensmitteln also im Essen Dinge die lebenswichtig sind und welche die nicht lebenswichtig sind Früchte und Gemüse Kuchen oder Süßigkeiten was ist lebenswichtig und was eben nicht Wasser oder Spezi was ist lebenswichtig und was nicht lebenswichtig ist etwas ohne dass du nicht auskommst oder überleben kannst lebenswichtig ist etwas was unbedingt da sein und bleiben muss damit etwas bestehen bleibt es ist etwas was im Fundament vorhanden sein dafür dass etwas Ganzes existieren kann und existent bleibt versteht ihr das die Ortsgemeinde ist also so etwas lebenswichtiges sie ist lebenswichtig und notwendig in der Stadt in der Nation und genauso auch in der ganzen Welt geht mit mir mal in den ersten Korintherbrief Kapitel 10 und für heute Abend kommen wir damit dann auch zum Schluss aber ich möchte dass ihr seht was Paulus geschrieben hat die Gemeinde ist beides nämlich ortsbezogen ganz allgemein universal gesehen und ein drittes noch wir sind der Tempel ihr seid der Tempel Gott lebt in euch und weil Gott in euch lebt braucht ihr einen Ortsplatz weil ihr Glieder des Leibes seid was macht schon ein Arm ohne den Rest des Körpers ich brauche keine Gemeinde das ist genauso dumm wie wenn dein Arm sagen würde ich brauche den Körper nicht oder ich bin ein Bein dein Bein braucht deinen Körper oder ich bin ein Herz dein Herz braucht auch andere Organe und Gott hat es eben so angelegt wo wir individuell Glieder sind an einem Leib niemand von uns ist auf sich allein gestellt komplett wenn es sich ums Königreich Gottes handelt wenn es darum geht dass man den Leib Christi betrachtet sag also mal deinem Nachbarn du brauchst mich und ich brauch dich sag mal deinem Nachbarn es ist notwendig dass noch andere Leute dazukommen von denen du ein Teil bist und die ein Teil von dir sind du wirst nie eintauchen können in das wozu Gott dich berufen hat solange du nicht auch mit anderen verbunden bist denn das wäre nicht in seiner Ordnung versteht ihr das so in 1st Korinther Brief Kapitel 10 da heißt Vers 32 im Vers 32 gibt keinen Anstoß und hier werden im Zusammenhang drei Gruppen von Leuten erwähnt man soll man soll keinen Anstoß geben weder den Juden noch den Griechen hier ist also wenn es von den Juden die Rede ist der Bezug auf die natürliche Familie Jesus der Bezug hergestellt was gestartet wurde durch Abraham und Sarah dann heißt es weiter noch den Griechen da sind alle Ungläubigen gemeint alle von uns waren einmal in dieser Kategorie beinhaltet aber seid ihr nicht froh Halleluja für die Gemeinde die Gemeinde Gottes nämlich besteht aus von neuem geborenen Juden genauso wie auch aus von neuem geborenen Griechen oder Heiden eben und wenn man sich Bibelschriftstellen anschaut dann ist es wichtig zu erkennen wer angesprochen ist wer gemeint ist die Gemeinde Gottes die hier erwähnt wird besteht aus jedem einzelnen Menschen der von neuem geboren worden ist Halleluja also schau mal den Nachbarn an und sag ihm Hallo Gemeinde wir sind alle Teil von der Gemeinde Teil des Leibes Christi auf Erden weil wir von neuem geboren sind wir sind Teil seines Leibes nun geht mal in den ersten Korinther Brief Kapitel 3 und ich möchte euch aus der erweiterten Bibel Übersetzung vorlesen das ist so kraftvoll wie es da formuliert wird Paul schreibt do you not know und Paulus schreibt wisst ihr nicht tell your neighbor it's important for you to have this revelation it's important for you to know this it's important for you to know this it's important it's important do you not know and understand that you the church Christ wisst you not and understand that you the church are the temple of God and hallelujah that the spirit of God dwells in you wisst ihr nicht dass ihr als die Gemeinde Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt er ist in uns größer ist der der in uns ist der heilige Geist ist in euch und nicht nur ist er in uns einzeln gesehen sondern auch gemeinschaftlich zusammengenommen hallelujah und das ist es was er hier sagt und das ist es was die erweiterte Bibelübersetzung hier wirklich ans Licht bringt wenn es nämlich heißt dass er einzeln gesehen in euch anwesend ist genauso wie euch zusammengefasst in euch gemeinschaftlich so there's something about the holy spirit being in us individually da ist also etwas dran dabei dass der heilige geist in uns drin ist und zwar einzeln gesehen and there's something about the holy spirit being in us collectively coming together hallelujah und da ist was dran wenn es darum geht dass der heilige geist in uns ist wenn wir zusammenkommen uns versammeln da ist etwas bei einer einzelnen Salbung von einem einzelnen und einer gemeinschaftlichen Salbung von vielen die zusammenkommen so ist es also nicht nur so dass du und ich wir einzeln gesehen Salbungen haben sondern auch wenn wir alle zusammenkommen dass wir eine gemeinschaftssalbung haben und das ist einer der gründe davon warum wir eine Ortsgemeinde brauchen dass wir Teil vom Wohnort Gottes in einer Stadt sein können wo wir gemeinschaftlich für ihn da sind wo nämlich nur einer vielleicht tausend schlagen würden aber zwei die zusammenkommen zehntausend packen hallelujah könnt ihr das sehen heute Abend der Ausdruck und damit werde ich dann zum Schluss kommen der Ausdruck den Jesus für das Wort Gemeinde verwendet und er war der allererste überhaupt der hier seinen Jüngern gegenüber dieses Wort verwendet als Petrus diese Offenbarung bekam und Jesus daraufhin sagte auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen da hat er den Ausdruck Ekklesia verwendet sagt das mal alle zusammen Ekklesia 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 meint herausgerufen von zu sein und zusammengerufen für etwas sein Halleluja wir sind aus der Finsternis herausgerufen worden und Gott ruft uns dann für etwas für ihn zusammen um gemeinschaftlich zusammen zu sein als Jesus oder so wie Jesus eben auch auf Erden war Jesus war ein Leib und wir zusammen genommen sind auch ein Leib Nun ich bin ein Teil der ganz allgemeinen Gemeinde Ich sage dir eins jetzt ganz klar du wirst niemals mit allen wirklich zusammenkommen was die ganz allgemeine universelle Gemeinde betrifft und zwar so lange nicht bis Jesus wirklich selbst wiederkommt und dann uns alle zusammenbringen wird und deshalb gibt es nun mal Ortsgemeinden Es ist unsere Art und Weise wie wir in unseren Städten und an den Orten wo wir sind zusammenkommen um sein Werk auf Erden zu tun Halleluja Habt ihr heute Abend was gelernt? Danke Herr Also sagt es mit mir zusammen Danke Vater Für meine Ortsgemeinde Wenn du selbst in eine andere Ortsgemeinde gehst dann sag genauso auch Danke Vater für meine Ortsgemeinde Sie predigen dort und lehren Gottes Wort Sie kommen zusammen Sie bringen die Menschen zur Errettung und machen sie dann zu Jüngern Und ihr habt einen Pastor der wirklich feurig ist für Gott Und zu verschiedensten Zeiten sind die Dienstgaben in Aktion Und du sagst Danke für den Pastor und du sagst auch Danke Pastor Und ihr wertschätzt was ihr in eurer Stadt habt Denn es ist das allerwichtigste in eurer Stadt Und es ist für dich als Christ sehr sehr wichtig Teil einer Ortsgemeinde zu sein Es ist zu einfach in diesen Zeiten sozusagen faul zu werden Wegen dem Internet Und Menschen werden richtig faul und sind leicht abzulenken Anstelle davon, dass sie aktiv einen Teil einnehmen Von dem, was Gott auf Erden platziert hat, um ihn dort zu repräsentieren In jeder Stadt In jeder Nation Halleluja 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 Also Vater, wir danken dir Und wenn du jemand bist, der Jesus noch nie als seinen persönlichen Retter angenommen hat Denn so kommst du in Gottes Familie überhaupt erst rein Indem du betest und Jesus wirklich aufnimmst Weil er für deine Sünden starb Und deshalb ist er auch gekommen Weil du von Gott durch die Sünde getrennt warst Und das reicht zurück bis auf die Zeit von Adam Aber Jesus kam als der letzte Adam, um das Sündenproblem zu bereinigen Und ich möchte, dass du jetzt mit mir betest Und ihn als deinen Retter annimmst Und Gott wird dein Vater Der Himmel wird deine Zukunft Halleluja Und wie die Bibel sagt, es gibt für dich auch eine neue Erde Bete das also und nimm heute Abend Jesus an Als deinen Retter Sag das mit mir Jesus, du bist für mich gestorben Jesus, du bist für mich gestorben Du hast den Preis für meine Sünde bezahlt Du hast den Preis für meine Sünde bezahlt Du bist für mich in die Hölle gegangen Du bist für mich in die Hölle gegangen Und Jesus, du bist aus den Toten wieder auferstanden Und Jesus, du bist aus den Toten wieder auferstanden Und ich glaube an dich Und ich glaube an dich Als meinen Herrn und meinen Retter Als meinen Herrn und meinen Retter Ich nenne dich meinen Herrn Ich nenne dich meinen Herrn Halleluja Wenn du dieses Gebet wirklich gesprochen hast Bist du darin von neuem geboren worden Gott ist dein Vater geworden Geh in eine gute Gemeinde Die der Bibel glaubt Die die Bibel lehrt Die wirklich glaubt Dass Gott wirklich lebt Und heute auf der Erde handelt Geh dorthin und finde deinen Platz Und wachse und sei ein gewaltiger Segen Halleluja Vater, wir danken dir Wir danken dir Und wenn du die Taufe im Heiligen Geist Noch nicht empfangen hast Und deshalb auch noch nicht In neuen Zungen geredet hast Dann kannst du auch das jetzt empfangen Die Bibel sagt, dass wir diese Dynamitmäßige Kraft brauchen Und wenn die Menschen das empfangen So wie es auch am Pfingsttag war Wie die Bibel berichtet Da haben sie in neuen Zungen geredet Das ist eine kraftvolle Gebetssprache Und das wird dir helfen Für den Herrn ein lebendiges Zeugnis zu sein Das ist es, was Jesus sagte Wozu es auch da ist Wenn du das also jetzt willst Dann werde ich jetzt für dich beten Dass du das empfängst Und dann, so wie du es empfängst Fängst du auch an In neuen anderen Zungen oder Sprachen zu reden Nicht dir bekanntes Englisch oder Deutsch Wenn du das kennst Sondern völlig unbekanntes Fang an, deinen Mund aufzumachen Und lass es hervorströmen Ich werde jetzt für dich beten Vater, ich bete jetzt Für jede Person Die heute mit uns hier ist Wenn jemand noch nicht die Taufe im Heiligen Geist Empfangen hat Und in Zungen redet Der das heute aber haben will Da bete ich in dem Namen Jesus Taufe du sie im Heiligen Geist Mit der dynamitmäßigen Kraft Des Heiligen Geistes Mit dem begleitenden Zeichen Vom Sprechen in neuen Zungen Jetzt Halleluja Fang an, in neuen Zungen zu reden Auch jeder hier im Raum Kovte Fuenk-Chufri Vanplika-Vliebke Vanjarach-Trampus-Bungio Poetschum-Idri Plastakastiaia Mach den Mund auf Und lass es einfach ausdrüben Kruzo Pass die Prambule-Prak-Riebke Flatschereitsche Trippos-Schei Prambron-Chelt-Ni-Ubje Ein Prang Betot-Re-Fantilia Errech-Tropa-Kinke-Vaj-Jelaya Halleluja Und macht einfach weiter so Die Sprache zu gebrauchen Und es wird in deinem Leben Immer weiter zunehmen Amen Nun ist es ein kraftvoller Abend, oder? Ich bin froh, wieder zurück zu sein Amen Neulich abends haben wir für einen Jungen gebetet Der Epilepsie hatte Und er hatte Wie sagt man Einen Anfall Und wir haben Die Anfrage bekommen Ihn zu beten Und Vitus und seine Frau Adele und einige der Leiter Die da waren Ach so Also einige aus der Leidenschaft Und Leute mit denen ich Dort zusammen war Wo ich geblieben bin Wir haben zusammen gebetet Wir haben in Zungen auch gebetet Und am nächsten Tag Wo er Ja Untersucht und operiert werden sollte Hat der Arzt Nichts mehr bei ihm finden können Der Arzt hat gesagt Es ist alles von ihm gewichen Er ist völlig frei Und es wird auch nie wieder Zu ihm zurückkehren Das wirkt unser Gott Halleluja Das ist unser Gott Der das getan hat Halleluja Und wir haben der Mama gesagt Gib Gott dafür Den Lobpreis Und die Ehre Und die Frau War noch nicht von neuem geboren Und so haben wir es gesagt Das hat Gott gewirkt Du kannst dich bei ihm bedanken Sie warten dort immer noch Auf sie Dass sie die Rettung annimmt Aber dieses Geschehnis War ein ganz großer Same Der in ihr Herz gestreut wurde Amen 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 Hallo Hier ist Marc Irvin Gründer und Präsident Des Dienstes von From Faith to Faith to the Nations Und ich bitte dich Ein Partner mit uns zu werden Deine Partnerschaft Auf monatlicher Basis Hilft uns in die Nationen zu gehen Überall in der Welt Wir sehen Menschenmengen errettet Und geheilt Und Gott bewegt sich In mächtiger Art und Weise Die Türen öffnen sich weiterhin Und jetzt starten wir Grundlagen Bibelschulen Aber es braucht Finanzen um durch all diese Türen zu gehen Und das ist es was dein monatliches Geben tut Wenn du also Partner mit uns werden möchtest Dann geh auf den Link der auf dem Bildschirm gezeigt wird Und ich möchte dir ganz persönlich Danke sagen für deine Unterstützung Und ich möchte dir ganz ehrlich sagen Vielen Dank.